willkommen youtube schön dass ihr da seid willkommen auf meinem kanal mein name ist mekko und ich bespreche mit euch heute etwas in the first descendant denn ich habe einen fehler gemacht am briefkasten und ich will euch jetzt helfen das nicht zu tun es gab vor ein paar tagen nach patch eine belohnung eine gratis belohnung und zwar konnte man waffen ep spieler ep gold ep gab es ein boost dafür ja den hat man per post bekommen so wie diese sachen hier diese ihr seht das da unten dann sind diese items drin so und hier steht eine abkling zeit hinter also eine ablaufzeit 2531 tage kann ich das annehmen ich hatte das drin gelassen weil ich dachte cool da nehme ich das wenn ich jetzt wochenende zeit habe und kann schön fett grinden habe dann viel ep geht dann schnell und 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 gehe ich heute rein ist es weg und dann ist mir erst mal aufgefallen dass hier ein timer drin ist der abläuft das heißt wenn die zeit abgelaufen ist wird die e mail gelöscht die ist einfach weg die ist einfach verschwunden es gibt die sachen dann nicht mehr lasst die sache nicht zu lange drin achtet auf diesen timer damit ihr solche wertvollen dinge nicht verliert das waren drei tage boost einfach weg schade hätte gestern angenommen hätte heute machen können ja so ist es halt also ihr habt es gesehen lasst ein bisschen liebe da kleiner tipp für euch support ist kein mord und dann helft mir den kanal jetzt auf die 2000 zu pushen es fehlen nur noch glaube ich 100 abonnenten haben wir 2000 leute im team vielen dank für unseren support bis dahin ciao